Hallo zusammen, ich bin es, euer Auswanderlux und im heutigen Video geht es um das Thema Schweizerdeutsch, spezieller um das Thema Sprachunterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz. Ja, wo fange ich am besten an? Am besten, was wird überhaupt in der Schweiz gesprochen? In der Schweiz werden ja verschiedene Sprachen gesprochen, einmal das Deutsche, das Französische, das Italienische und das Rhetoromanische. In der Deutschschweiz, das ist der Teil, wo Deutsch gesprochen wird, wird aber nicht das Deutsch wie in Deutschland gesprochen, nicht das Hochdeutsche, sondern die Menschen sprechen dort Schweizerdeutsch. Das ist ein Dialekt des Deutschen und unterscheidet sich schon meiner Meinung nach recht stark von dem Deutschen, was in Deutschland gesprochen wird. Ja, was unterscheidet das zum Beispiel? Also einmal natürlich andere Aussprache, andere Satzstellungen, es gibt ganz andere Begrifflichkeiten, es gibt, fange ich mal, genau, fange ich mal mit einem anderen Punkt an, es gibt keine, es wird in der Schweiz Hochdeutsch geschrieben, Schweizer Hochdeutsch geschrieben. Das ist dann, das sieht dann so aus, das ist genauso, die Rechtschreibung ist genauso wie in Deutschland und wie in Österreich, es gibt halt andere Begrifflichkeiten, so wie es ja auch in Österreich andere Begrifflichkeiten gibt, im Gegensatz zu Deutschland. Man schreibt ja nicht Januar, sondern man schreibt in Österreich Jänner und in der Schweiz schreibt man halt nicht Fahrrad, sondern Velo, oder? Das ist zum Beispiel ein Begriff. So unterscheidet sich schon mal das Schweizer Hochdeutsche, die Schriftsprache, von dem Deutschen, von der deutschen Schriftsprache. Und zusätzlich, was eigentlich viel schwieriger ist, gerade für Leute, die nicht, oder für Deutsche, die nicht gerade aus Süddeutschland kommen, die haben einen kleinen Vorteil, würde ich sagen, dass sie schon eher das Schweizer Deutsch verstehen können. Wenn jemand zum Beispiel, so wie ich, aus dem Ruhrgebiet kommt oder aus, wie andere aus Berlin oder Hamburg, die werden es schwierig haben am Anfang, das Schweizerdeutsch zu verstehen, die schweizerdeutsche Mundart. Es ist auch ein anderer Singsang dabei, wie gesagt, andere Begrifflichkeiten dabei und ja, das macht es halt schwierig. Und man kann sich, man kann sich halt nur schwer darauf vorbereiten. Es gibt, es gibt ja kein Wörterbuch oder es gibt kleine Sammlungen, aber es gibt jetzt nicht das Schweizerdeutsch. Den schweizerdeutschen Dialekt gibt es auch nicht. Das ist auch so eine Besonderheit, die es dann noch schwieriger macht, weil je nach Region, sogar manchmal je nach anderer Gemeinde, spricht man dann anders in der Schweiz. Zum Beispiel, wenn ich, wenn jemand nach Zürich kommt, da spricht man Züdi-Dütsch. Und das fand ich jetzt, das muss ich sagen, finde ich, kann man als Deutscher recht schnell noch verstehen. Wenn man jetzt aber nach Bern geht, wo der Berndütsch geredet wird, das ist dann schon eine Nummer krasser. Also da hätte ich jetzt auch noch Probleme, da gut mitzukommen. Besonders, wenn einer vielleicht noch ein bisschen undeutlich spricht oder so, dann ist das schon eine große Hausnummer. Gut, wo wird denn in der Schweiz Hochdeutsch gesprochen? Dieses Schweizer Hochdeutsch, was ja auch, was viele Deutsche überhaupt denken, dass das das Schweizerdeutsch ist. Es ist nämlich gar nicht das Schweizerdeutsch. Das, wenn die, wenn die Schweizer Hochdeutsch sprechen, haben die trotzdem noch ihren eigenen, weiß nicht, ob man das Akzent nennen kann. Aber es ist wirklich, sie sprechen auch ein bisschen langsamer, weil es halt nicht deren Umgangssprache ist. Und das wird zum Beispiel genutzt bei politischen Debatten, bei offiziellen Anlässen oder halt wenn der Schweizer merkt, oh jetzt sprechen wir mit einem deutschen Touristen hier, der mein Schweizerdeutsch gar nicht versteht, dann wechselt er halt in das Schweizer Hochdeutsch. Und wir denken dann so, hey, ist ja voll easy, oder? Das Schweizerdeutsch. Ja. Aber im Fernsehen, im Fernsehen wird auch noch, besonders in den großen öffentlichen Fernsehanstalten der Schweiz wird auch noch oft das Schweizer Hochdeutsch gesprochen, in den kleineren regionalen Sendern. Da sehe ich auch hin und wieder, also oft gucke ich nicht fern, aber wenn ich mal fernsehe, dann fällt es mir schon auf, dass da oft auch Dialekt gesprochen wird. Ja. Genau. Betonung. Die Betonung ist noch ein wichtiger Punkt, der das auch noch unterscheidet, was es auch noch mal schwieriger macht. Zum Beispiel sagen, sagen wir in Deutschland ja Büro. In der Schweiz sagt man Büro. Oder in Deutschland sagt man WG und in der Schweiz sagt man WG. Hat man das überhaupt jetzt, weiß ich gar nicht. Oder so. Bei so einem kurzen Wort kriegt man es vielleicht nicht so gut mit. Aber Büro und Büro, das ist schon ein Unterschied. Und wenn es dann wirklich satzweise kommt und nicht immer einzelne Wörter, wenn jetzt jemand das einzelne Wort sagt, dann versteht man es. Aber wenn dann wirklich der ganze Satz dann im anderen Sing-Sang gesagt wird, dann ist es halt, macht es das noch umso schwieriger. Genau. Was auch noch eine kleine lustige Anekdote vielleicht ist, oder keine Anekdote, ist eigentlich so, es passiert immer wieder, dass wenn man mit Schweizern spricht, die dann merken, oh man kommt aus Deutschland, dann, und die kennen einen noch nicht, dann fragen sie erst immer noch, ja, ähm, geht denn Mundart, geht denn das Schweizerdeutsche? Und dann sagt, sagen die Deutschen, die es verstehen, ja, ja klar, gerne Schweizerdeutsch. Und dann reden sie trotzdem auf Schweizer Hochdeutsch weiter. Also, das ist dann auch so, ähm, es wird mir schon oft gesagt, dass es für Schweizer halt schwierig ist, Schweizerdeutsch zu sprechen, während das Gegenüber Hochdeutsch spricht. Man verfällt dann in das, weil die Schweizer verfallen dann wohl deswegen, ähm, wieder in das, in das Hochdeutsche, äh, in das, genau in das Hochdeutsch, ja. So, ja, und, ähm, genau nochmal zu dem Punkt, dass die, dass wir Deutschen, wenn wir die, wenn wir das Schweizerdeutsch noch nicht so kennen, also das Schweizerdeutsch, wenn wir dann in die Schweiz kommen oder vielleicht Schweizer Fernsehen schauen und hören dann den Schweizer Hochdeutsch sprechen mit seinem besonderen Akzent, dann denken wir ja, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, dass, ähm, dass das das richtige Schweizerdeutsch ist, so wie die Schweizer sprechen. Ähm, als ich damals meine Freundin kennengelernt habe, ähm, in meinem Blog könnt ihr das ja nachlesen, wie das alles vonstatten gegangen ist, äh, wir haben am Anfang erst, erst geschrieben, erst per, per, ähm, Whatsapp und, ja. Ich wusste halt nicht, weil die Schweizerdeutsch gesprochen wird und dann wollte ich, haben wir halt abgemacht zum, für einen Besuch, wir hatten vorher auch noch nicht miteinander telefoniert, das wollten wir irgendwie nicht so, das hat keiner sich getraut so richtig. Und, ja, dann haben wir, da habe ich gedacht, so, ja, jetzt bereite ich mich mal vor, oder? Jetzt, äh, schaue ich mal, ähm, bei YouTube schaue ich mal was an, auf Schweizerdeutsch und das war ein Wetterbericht vom Schweizer Fernsehen und die Frau hat halt das Wetter da erzählt und ich so, ja, fast rein, oder? Ist ja gar kein Problem, man versteht ja alles super, perfekt, hat halt einen leichten, äh, Akzent, aber ist ja kein Problem. So, wie sich dann natürlich herausgestellt hat, war das, das Hochdeutsch, was die Dame gesprochen hat und ich das Schweizerdeutsch, als ich dann, ich habe damals ein Hotel gebucht gehabt und als ich dann im Hotel angekommen bin, das war dann der erste Schweizer, mit dem ich in meinem Leben dann Kontakt direkt hatte, persönlich, hat der mich dann begrüßt und ich habe irgendwie, ich glaube, gar nichts verstanden, außer Grezi und habe mir nur gedacht, so, ja, keine Ahnung, vielleicht ist das gar kein Schweizer, sondern, komm, ist ein Immigrant oder so, der noch nicht so des Deutschen mächtig ist und, ja, das war aber dann das, das Schweizerdeutsch und, da habe ich halt, im Nachhinein habe ich dann gemerkt, so, ja, das ist schon, schon krass für einen, der nicht aus Süddeutschland kommt, ähm, das zu verstehen, ja. Genau. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist zum Verstehen des Schweizerdeutschen, wenn ich das so sehe, an Deutschen, die vielleicht schon länger hier sind in der Schweiz, schon viele Jahre und immer noch Probleme haben, das Schweizerdeutsch zu verstehen, ähm, ja, natürlich gehört auch Talent dazu, eine gewisse Offenheit, das auch verstehen zu wollen und natürlich auch, wie häufig spricht man mit Schweizer, es gibt ja auch, wenn ich, wenn ich jetzt an, zum Beispiel an mich denke, an meine, da wo ich, an meine Firma denke, wo ich arbeite, da, ähm, sind sehr viele Deutsche und dann hat man unter Umständen gar nicht viel Möglichkeit, ähm, mit Schweizerdeutsch zu sprechen, ja. Also ich hatte natürlich den Vorteil, dass, dass, ähm, meine Freundin Schweizerin ist und von da habe ich immer, immer natürlich Kontakt dazu gehabt zum Schweizerdeutschen, aber wenn man jetzt vielleicht mit seiner Frau direkt aus Deutschland kommt, mit seinen Kindern, vielleicht schon deutsche Bekannte hier in der Schweiz hat und dann mit denen privat, ähm, umgeht und auf der Arbeit dann vielleicht auch nicht viel mit Schweizerin zu tun hat, dann kann's, kann's schwierig werden, weil man halt die Übung nicht bekommt, ja. Aber, ja, das sollte auch jetzt keinen, keinen irgendwie verängstigen. Also ich, als, als Resümee kann ich nur sagen, es ist, es ist machbar, auch für jemanden, der nördlich des Mainz herkommt, ähm, es ist, es dauert zwei Zeit, es ist auch am Anfang schwierig, es ist dann noch schwieriger, wenn man in Gruppengesprächen zusammen ist, dann raucht einem wirklich irgendwann der Kopf, selbst wenn man einem wirklich folgen kann, dann, äh, also sowas, das ist auch, man, noch eine Geschichte von mir, sowas bei mir, ähm, wir haben uns abgemacht gehabt mit Freunden und ich hab meine Freundin schon sehr gut, äh, verstanden auf Schweizerdeutsch sprechen, aber als dann die Gruppe untereinander Schweizerdeutsch gesprochen hat und man sich auf mehrere konzentrieren muss, da hat mir dann, ich glaub, nach zwei Stunden, da hab ich dann abgeschaltet, da konnte ich dann nicht mehr zuhören, ich konnte einfach mich nicht mehr konzentrieren, das war zu anstrengend, ja. Das ist wie, als wenn man, äh, einer Fremdsprache zuhört, ja. Ähm, ja, Sprache, Sprache bei mir hat sich auch verändert, obwohl ich erst ein bisschen mehr als drei Jahre jetzt hier bin, ähm, aber ja, ich betone die Wörter auch schon anders, ich sag auch schon, äh, Büro, zum Beispiel, und, ja, das, das sagen mir auch immer wieder, ähm, Freunde oder Bekannte und Familie aus, äh, in der Heimat, wenn ich dort hinkomme, dass so meine Sprache sich verändert hat, dass ich vielleicht ein bisschen langsamer manchmal rede, vielleicht ein bisschen bedachter und natürlich auch andere Begriffe mit einfließen lasse und auch, ähm, anders betone, ja. Genau, das war eigentlich alles soweit, was mir jetzt im Moment einfällt. Wenn euch da was einfällt, schreibt es mir doch bitte gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr auch ein Dislike da lassen, ist gut für den YouTube-Algorithmus. Und, ähm, ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und dann verabschiede ich mich. Ciao. 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 Ciao.